Ein bisschen ist es ein Kampf, was beim DAX gerade abgeht, aber die Bullen sind immer noch am Gewinn, zumindest mal aktuell geht der Kurs tendenziell weiter nach oben. Wir sehen, dass wer auch der heutige Tag, auch wenn er jetzt so Intraday so ein bisschen wieder in die Pause geht, zumindest mal nicht negativ ist, wenn wir uns das mal angucken, ist das ganz okay. Naja, nicht negativ gegenüber dem Schlusskurs, natürlich aktuell schon, aber wir sehen zumindest mal, dass die Unterseiten noch so einigermaßen stabil nach oben gehen, fassen wir es mal so auf, aber ein Kampf eben. Also so richtig Schwung haben wir nicht mehr, das ist aber auch nicht wirklich zu erwarten, wir hatten Feiertag in Amerika, heute Brückentag, viele Marktteilnehmer bleiben den Markt noch fern, auch ich mache heute nur mit halber Lunge, der ein oder andere wird es bemerkt haben, was ist los, bist aber wenig engagiert. Ja, an Tagen wie solchen sollte man sich durchaus ein bisschen zurückhalten, vielleicht ein bisschen was vorbereiten für die nächste Woche, aber an sich handelsseitig sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, denn viele Marktteilnehmer nutzen das, auch wenn sie nicht aus Amerika kommen. Die Amerikaner, die nutzen das natürlich für einen Brückentag, also einen weiteren Feiertag, langes Wochenende, Familien besuchen, Black Friday, einkaufen gehen und so weiter. Ihr kennt das Prozedere, aber auch an anderen Teilen der Welt, in anderen Teilen der Welt ist es so, dass viele Marktteilnehmer sagen, naja, wenn die Amerikaner nicht da sind, dann fehlt eine Menge Einflussfaktoren und dann müssen wir ja auch nicht unbedingt, oder? Oder? So, und aus dem Grund gehen dann natürlich viele auch weltweit aus anderen Erdteilen so rum, dann in die Pause und sagen, oh, gucken wir uns das mal an, was ab Montag wieder los ist. Vielleicht ist dann ja wirklich Jahresrent-Elli nochmal angesagt. Trotz alledem, die Chance für einen Rücksetzer ist nicht so schlecht, das muss aber nicht wirklich ein Drama-Rücksetzer sein, es hat sich nichts wirklich verändert, insofern kann ich hier noch eine Stunde das Gleiche sagen wie immer, nämlich ein kleiner Rücksetzer wäre sehr angemessen, sehr angebracht, gar nicht so unrealistisch, dass das passiert, aber alles wenig mit Panik verbunden. Selbst die etwas größeren Rücksetzer in die Kiste, die gleiche Kiste, die ich letzte Woche ja schon hatte, wäre dann sicherlich etwas überraschend, wenn es jetzt noch vor Weihnachten so runter geht, aber möglich wäre es. Anzeichen gibt es dafür noch nicht. Für die Long-Seite-Anzeichen, naja, wir haben einen schönen Aufwärtstrend, allerdings die Ermüdung, wie ich schon sage, ihr seht, dass das so ein bisschen abflacht, das ist häufig so ein Zeichen, hier, wenn ihr merkt, dass die Geschwindigkeit so ein bisschen nachlässt, wenn es immer mehr Überschneidungen gibt, hier auch interner Natur, ihr kennt das ganze Stichwort, das Ending, Diagonal, so ein bisschen mutet das so an, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, ach komm, das ist doch hier das Ende so einer Bewegung. In dem Fall wäre es quasi das Ende dieser fünffälligen Bewegung und das ist quasi die fünfte Welle dieser fünffälligen Bewegung und damit würde dann die vierte Welle kommen, oh Gott, jetzt wird es kompliziert, das Pandor zu dieser Welle, um anschließend doch nochmal weiter nach oben zu gehen. Das ist der Grund, warum ich nicht das tiefe Tief jetzt im Moment bevorzuge, sondern vielleicht irgendwie was um 13.800, wenn es 14.000 sein soll, auch okay, aber irgendwie sowas in dieser Richtung als klassisches Bewegungsmuster. Nicht immer bewegt sich der Markt klassisch, aber es ist eine Orientierungshilfe, wir müssen uns irgendwo festhalten, wenn Rücksetzer, mit was müssen wir rechnen? Wenn es bis dahin geht, wäre es noch kein Angriff auf die Bullen, das ist nur eine ganz normale, also wäre dann nur eine ganz normale Korrektur. Wenn ihr sagt, das sitze ich aus, ich bleibe einfach drin, das ist durchaus ein nachvollziehbarer Gang für die Aktiveren, also für mich wäre es dann eher etwas zum, lieber dann doch rausgehen, also Stops nachziehen hier auf der Unterseite, hier beispielsweise auf diesen Zwischentiefs, manche einer orientiert sich, das machen wir auch, also wir haben immer eine gemischte Strategie, wir haben einen Teil unserer Trades, die wir auf diese Art und Weise hinterherziehen, ihr seht, das ist so mehr oder weniger gut. Es ist nicht immer perfekt hier wahrscheinlich, das sieht man hier jetzt nicht mehr, wären wir mit dieser Variante, oder sind wir vielleicht sogar, ich weiß es ehrlich gesagt, nicht mehr ausgestoppt mit dieser Variante, aber es geht nicht darum, dass es immer perfekt ist, sondern dass diese generell geeignet ist, Trends relativ lang mitzuverfolgen. Nicht immer perfekt, aber wenn es meistens gut ist, dann ist es schon mal nicht die schlechteste Variante. Vielleicht nehmt ihr das mal so im Hinterkopf, wenn ihr meine Einstellung tatsächlich übernehmen wollt, ist die Standardeinstellung hier im 4-Stunden-Chart, beispielsweise beim DAX-Index jetzt, dann wären es 14.336 als Stop-Marke, also das ist jetzt kein Must-Have, so von wegen, oh, das ist die magische Zahl, die ist perfekt, aber sie scheint mir nicht ganz schlecht zu sein, solange der Trend läuft, und wenn er halt nicht mehr läuft, fliege ich halt raus, kriege ich früher oder später die Möglichkeit, da wieder einzusteigen. Noch, wie gesagt, gibt es keine Panik, oder keinen panischen Grund, weshalb man hier raus muss aus dem Markt, aber wie gesagt, ihr müsst damit rechnen, dass der etwas kleinere oder der etwas größere Rücksetzer bald kommt, und es droht ja immer, egal wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, aber es droht ja auch immer, es kommt ganz doof, und der Markt stürzt richtig ab, aber das ist eben nichts, was wir jetzt als Vorzugsszenario mit im Hinterkopf haben sollten. Der Dow Jones ist ein bisschen ähnlich, natürlich, ihr seht das hier sehr dünn, hier die letzten Stunden hier auf dem Future gesehen, da ist natürlich jetzt nicht so arg viel passiert, ich habe es erwähnt, Feiertag, jetzt heute am Freitag, die Börse in Amerika ist zwar offen, aber auch nur beschränkt, also zeitlich eingeschränkt, und wie gesagt, viele Marktteilnehmer sind weg, da muss man nicht unbedingt aktiv sein, dieses Video ist eigentlich mehr so ein kleiner Lückenfüller, um euch zu zeigen, okay, wo stehen wir da jetzt, wer es nicht verhindern kann, heute doch noch zu traden, im 5-Minuten-Chart seht ihr, dass wir aktuellen Schub nach oben haben, also dünnes Volumen heißt nicht, dass nicht eine stelle Bewegung passieren kann, heißt aber, dass das hier auf tönernden Füßen steht, weil wenn am Montag die Marktteilnehmer wieder zurückkommen, kann es sein, dass sie sagen, nice try, aber das hat noch nichts mit uns zu tun, das machen wir ganz schnell wieder rückgängig, trotzdem für heute, wenn ihr selber aktiv sein wollt, so ein Szenario, ein sehr starker Anstieg, was wir hier haben, gefolgt von einer Korrektur, ihr erahnt es schon, Korrektur so in dem mittleren Bereich, dieser Anstiegsbewegung, dann wäre hier der Trigger eben für die Long-Seite, also das Bild gilt natürlich für heute auch, aber wie gesagt, rechnet mit etwas höherer Abweichung vom Standardbild, weil eben eine Menge Marktteilnehmer fehlen und viele sagen immer, ja, ist das immer so? Nein, aber es ist das, was die Summe der Marktteilnehmer typischerweise macht, je weniger Marktteilnehmer, desto erratischer ist es, weil eventuell Einzelfaktoren eine größere Rolle spielen, aber man kann ungefähr sagen, dass die Masse der Marktteilnehmer relativ typisch sich verhält im Normalfall und dementsprechend sich an diesen typischen Bewegungsmustern eben ein bisschen orientieren, was aber zumindest mal interessant ist, dass wir das Sommerhoch hier, was wir im August hatten, beim Dow Future überschritten haben, jetzt lasst uns mal schnell gucken, beim Dow Index, was da aussieht, der Index ist ja ein bisschen abweichend davon, oder andersrum, die Futures sind ein bisschen abweichend, aber auch wenn wir hier gucken, haben wir jetzt heute erstmals, oder wie man den Tusch auch immer nennen will, haben wir das Überschießen hier gesehen, aber bitte, bitte noch nicht in Jubel ausbrechen, denn es wäre nicht das erste Mal, dass der Kurs sagt, geil, wir haben das Neuland erreicht, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause, wer kennt das nicht, komm, gleich haben wir es bis zum Berggipfel oder bis zum Strand und dann wird erstmal Pause gemacht eine Weile, also das ist durchaus nicht untypisch, damit kann man rechnen, dass das passiert, aber das ist ein bullisches Zeichen, ich habe es mehrmals schon gesagt, die Abwärtsseite ist nun mal ein korrektives Bild und ich weiß viel, ich hatte neulich, hatte ich gelesen, hatte jemand als Kommentar hingeschrieben, lieben Dank auch für die Kommentare, das hilft mir, damit ich ein bisschen besser verstehe, wie ihr denkt, es sind natürlich unterschiedliche Erfahrungsgrade jetzt hier unter uns, aber jemand sagt, aber wenn der Markt so stark ist, wieso geht er dann 5% runter, oder so und so viel Prozent runter oder so in der Richtung, der Markt bewegt sich permanent hin und her, es ist nicht so sehr die Frage, ob es mal runter geht, dass man eine Pause macht, ist ja nicht ein Zeichen für Schwäche, sondern es kann durchaus ein gutes Zeichen sein, wenn die Pause jetzt nicht übertrieben stark ist und die Stärke ist nicht notwendigerweise über die Größe definiert, sondern über die Art und Weise, beziehungsweise über eine relative Größe. Ich mache ein ganz kurzes Beispiel. Wenn ich euch sage, der Kurs geht mal eben runter um 4000 Punkte, dann sagt ihr, oh Gott, 4000 Punkte, das ist ein sehr schwaches Signal. Aber gemessen an diesem Anstieg ist ein Rücksetzer in diesem Bereich ziemlich harmlos, wenn die Bewegungsrichtung schwach ist, viel schwächer als die. Viele fokussieren sich einzig auf die Zahl, ah, guck mal, der ist so und so viel zurückgegangen. Aber ich mache mal ein ganz blödes Beispiel. Wenn ich euch 300 Euro wegnehme, klingt das sau doof. Wenn ich euch aber vorher 1000 gegeben habe, sagt ihr, ja, dann darfst du jetzt auch 300 wieder wegnehmen. Ja, ich weiß nicht, die Vergleiche von mir, die hinken immer. Aber es kommt immer darauf an, was hatten wir denn vorher? Die Höhe spielt nicht so groß eine Rolle. Viele legen großen Wert drauf und sagen, die absolute Höhe ist ganz relevant. Aus meiner Sicht ist die relative Höhe, zum Beispiel zur vorangegangenen Bewegung, das ist das mit den Fibonaccis. Man kann Fibonaccis nehmen oder auch nicht, wenn man sagt, ah, halte ich nichts von. Aber wir Menschen denken relativ. Ja, also es kommt sehr stark darauf an, was ist denn meine Bezugsgröße? Und meine Bezugsgröße aktuell für den letzten Anstieg ist das. Das waren immerhin von 28.700 ungefähr bis aktuell 34.400. Also das ist schon mal eine Hausnummer, die wir hier haben. Und dann ist ein Rücksetzer dieser Art, oh, mehrere tausend Punkte. Ja, aber hey, das ist nichts gegenüber der Gesamtbewegung. Das ist eben ein typisches Korrekturniveau. Und ihr dürft nicht vergessen, Korrekturen sind klassischerweise irgendwo so in diesem Bereich. Das ist nur so eine ganz große. Also wenn ihr da drüber liegt, dann ist es, ah ja, komm, das zählt ja nun gar nicht. Und wenn es da drunter liegt, dann ist es, na, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Aber in diesem Bereich ist etwas, was Menschen typischerweise, insbesondere an der Börse, natürlich wahrnehmen als, na ja, das passt schon. Aber dieses passt schon ist aus meiner Sicht nicht nur an diesen Rücksetzer gebunden, sondern auch an die Art und Weise. Ich will halt nicht, dass die das in Panik verkaufen. Es ist ein Unterschied, ob ich schwupp hier runterkomme, schon habe ich kein gutes Gefühl. Oder wie seht ihr das? Oder ob ich hier in dieser Bewegungsrichtung irgendwie, ich übertreibe jetzt mal so runterkomme, da habe ich gleiche Höhe, gleiche Rücksetzergröße. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ja, so richtig ernst meinen die das nach unten nicht. Und das ist eben dieses typische Verhalten, weshalb es so wichtig ist, nicht nur alleine die Größe sich anzugucken, sondern auch die Art und Weise. Schaut euch das hier mal an. Hier hatten wir einen relativ schnellen Anstieg. Wir haben dieses klassische Korrektivmuster 3 und wir sind sicherlich tiefer runtergegangen, als ich das hier gezeichnet habe. Aber die Seite ist eben deutlich schwächer. Das heißt nicht, dass sie automatisch dann wieder kaufen, aber wenn sie jetzt anfangen, wieder zu kaufen, dann ist klar, welche die letzte positive Emotion war. Und das war die starke Anstiegsseite, nicht die relativ oder vergleichsweise schwache Abstiegsseite. Das heißt, das ist das Muster, was nachher dann sozusagen wieder übernommen wurde. Und das ist die Idee, die hier dahinter steckt oder hier auch im Kleinen immer wieder dahinter steckt. Wenn ihr hier, ja, hier ist nicht so schön von der Aufteilung, aber wenn ihr hier mal starke Aufwärtsbewegungen habt, was wackelig ist in die andere Richtung. Hier sieht man so ein bisschen, aber so richtig wackelig ist es hier nicht. Das heißt nicht, dass es immer zu sehen ist, aber wenn ihr es seht, ist es aus meiner Sicht ein guter Trade. Na gut, also er muss jetzt hier so ein bisschen machen. Jetzt machen wir noch zum Abschluss den S&P. S&P, wunderschön hier auf dem Weg nach oben. Gehen wir mal auch im 5-Minuten-Chart. Also das ist die jüngste Stimmung, die wir jetzt hier heute Nachmittag haben. Ich muss allerdings dazu sagen, dass dieses Bild mir hier ganz schön buschig ist, denn ihr seht schon, dass der ganz schön wackelig da unterwegs ist. Da gefällt mir der Dow Jones deutlich besser. Der Future, also das, was man Intraday sozusagen sich anguckt für den Handel. Und ist allerdings vorläufig erst noch mal so ein bisschen die Aufwärtsseite. Und wenn ich mir diese Abwärtsseite angucke, entscheidet ihr doch mal. Also, das ist ein gutes Beispiel. Der Kurs ging in der Spitze, wie viel? Naja, 0,6 Prozent runter, das ist jetzt nicht so wahnsinnig. Viel ist ja auch im 5-Minuten-Chart wohlgemerkt. Aber überlegt ihr mal, ist das eine starke rückwärtige Bewegung oder ist das eine schwache rückwärtige Bewegung? Und wenn ihr das so seht, vergleicht immer, das ist eine Abwärtsseite, vergleicht die Gegenbewegung. Hier war eine, da war eine, da war eine. Und jetzt hier hinterm Tief ist auch wieder eine, die auch wieder hier überschneidet. Die überschneiden alle. Das ist permanent eine Überlappung. Das heißt, die Abwärtsseite ist nicht so sehr stark. Das heißt, noch ist der Markt in der bullischen Richtung. Das ist noch eine Zeichnung von vor dem Wochenende, hätte ich fast gesagt, vor dem Feiertag, wo ich gesagt habe, würde mich nicht wundern. Und dieses Bild untermauert eigentlich aktuell noch die positive Richtung. Also im Moment sehe ich noch nicht, dass die Bären hier das Zepte übernommen haben. Dafür müsste es aus meiner Sicht so aussehen. Und umgekehrt, die Aufwärtsseiten müssten schwach sein. Aber selbst hier, als wir relativ stark runter sind, da war die Aufwärtsseite nicht schwach. Und wenn sie nicht schwach ist, dann ist das nicht die richtige Richtung. Also insofern ist das ganz klar immer noch ein bullisches Bild. Und wir hatten beim Nachstag vor dem Wochenende noch, ich sage mal Wochenende, eigentlich vor dem langen Wochenende davon gesprochen, dass das ein bullisches Bild ist. Es ist tatsächlich, also durch den Bruch hier, das ist klar jetzt natürlich im Feiertag, in der Feiertagssituation immer ein bisschen schwieriger. Deshalb muss man immer aufpassen. Ich hatte gesagt, nicht unbedingt mehr vorher umsetzen. Aber kann man natürlich machen. Die Alternative ist vielleicht das, was jetzt im Moment kommt. Wenn wir jetzt hier so eine Korrektur bekommen, dann wäre das etwas, was ich sehr gerne handele. Ich handel um gerne die fünften Wellen. Und ich hatte angesprochen, eins, zwei, drei, vier, fünf. Die fünften sind halt meistens nicht so lang. Sie sind nicht so deutlich von der Bewegung und so weiter. Die dritten sind eigentlich die geilen, die ich am liebsten handele. Aber wenn wir jetzt diesen Rücksetzer hier bekommen, im Moment haben wir vielleicht den ersten Teil. Ich mache das nochmal einmal ganz kurz ausführlicher. Ich weiß, das verwirrt jetzt einige. Aber das ist jetzt hier so der erste Teil. Vielleicht wackelt er ein bisschen hoch. Dann kommt nochmal ein zweiter Teil. Und das, was ich hier gezeichnet habe, wäre quasi dieser Punkt hier im Vier-Stunden-Chart. Und dann wären wir wieder Schub hoch, wackelig runter, dieses dreiwellige, zack, 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 zack. Und dann wäre das der Long-Trigger. Und dann wären wir hier innerhalb der fünften Welle in der dritten. Wem das jetzt so hoch ist, macht euch nicht so viel den Kopf draus. Achtet drauf, was die starke ist. Ich habe euch hier vielleicht sogar eine neue Idee nochmal gezeigt. Wenn der jetzt wirklich wackelig hier nach oben geht, wäre natürlich, das kann auch ein Dreiweller werden. Also stellt euch vor, das ist sowas hier in der Richtung, hätte man hier sogar nochmal ein Zwischenschort. Und wer jetzt völlig verwirrt ist, Dow Short, den hier Long, nee umgekehrt, Dow Long, den Short. Ja, das kann sein, dass der eine Markt in die andere Richtung geht als der andere. Also ihr seht ja, dass die Verläufe, der Anstieg seit Sommer hier, Entschuldigung, seit Oktober hier, sehr viel wackeliger ist, als das, was wir beim Dow in gleicher Zeit hatten. Also wer jetzt sagt, die laufen immer gleich, kann man, so kann man sich täuschen. Ja, also die sind mitunter sehr unterschiedlich unterwegs und ihr dürft eins nicht vergessen, er muss ja triggern. Und wenn der hier unten triggert, ist der Dow möglicherweise nicht auf der Long-Seite getriggert. Nochmal ganz kurz zum Vergleich, Dow Long-Seite müsste dann vielleicht da triggern, um dann Long zu sein. Also wer dann triggert, der kriegt den Vorzug. Und ich mache es sogar so, ich würde im Zweifelsfall sogar beide handeln, den einen Long und den anderen Short, wenn sie triggern, wohlgemerkt. Und wenn ich Pech habe, fliege ich bei dem einen raus. Aber wir erinnern uns, wir riskieren ja immer pro Trade viel weniger. Das heißt, ich habe wahrscheinlich auf dem einen einen kleinen Verlust und wahrscheinlich auf dem anderen einen größeren Gewinn. Das heißt, mir war es theoretisch sogar egal, was der Markt macht. Ich habe wahrscheinlich in der Summe ein positives Ergebnis. Das natürlich nicht ganz so toll ist, als wenn ich nur den Gewinner gehandelt hätte. Doch wenn ich das immer im Vorhinein wüsste, wer der Gewinner ist, naja. Aber dafür ist der Trigger da, um zumindest mal einen Teil der Verlust-Trades schon mal von vornherein rauszufeltern. Ich habe viel zu lange gesprochen. Ich hoffe, es hilft euch. Es ist ja quasi Feiertag heute, da kann man sich ein bisschen länger das angucken, als kleine Übung. In diesem Sinne euch alles Gute. Seid ein bisschen vorsichtig noch heute. Montag geht es wieder richtig los und richtig weiter. Bis dahin macht es gut. Liebe Grüße.